Hier ist der Altemar, zurück mit Halo Infinite. Weiter geht's. Ich habe einen Weg zum neuen Upgrade. Vorposten? Oh, warte mal, was ist denn jetzt die Lust? Was ist denn Vorposten? Sturm Okay. Kann ich quasi ordern oder was, ne? Upgrade. Achso, mehrere Punkte. Ziele im Einsatz getötet. Sehr schön. Ich liebe das. Super. Oh, ich habe nur die eine Waffe. Na gut, egal, was soll's. So, wir gehen jetzt mal dahin. Mit den ganzen Marines. Und rushen da jetzt mal rein. Die Erscheinung hat unser Heim zerstört. Also müssen wir ein neues finden. Die Errehenen. Alter, was? Oh, an die könnte ich mich gewöhnen. Oh, ja. So eine Art Schreien einfach nur. Okay. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Äh, da wollte ich hin. Entschuldigung, habe ich vergessen. Vielleicht kann ich damit noch irgendwas machen, aber da steht nichts. Bla, 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 schnabli. Da ist eine Brücke, da wollen wir jetzt noch nicht drüber. Obwohl ich muss wahrscheinlich. Nö. Muss ich da drüber? Warum bleibt der nicht da unten? Ne, ist es noch auf der Seite. Kommt der hier hoch? Das würde ich jetzt sehr gerne wissen, was die jetzt machen. Komm, zeig mal KI, was du kannst. Es kann auch sein, dass die einfach von selbst zurückgehen. Okay, ich komme gleich wieder. Keine Sorge. Will ich ungern jetzt zurücklassen. Ich hoffe ja, dass die da warten. Oh Gott, ich komme mir voll wie, wie hier der, die Orakel von, von, ähm, ach, jetzt habe ich es vergessen. Von, die, ach, die, wie heißen die denn noch? Die, äh, von, ach, jetzt hat sie gerade, es lag auf der Zunge. Von, wie die, wie, Mully. Oh, hier hätte ich hochgehen können. Jungs! Es gibt doch einen Weg nach oben. Kommt, gehen wir nach oben, hier lang. Folgt mir! Wir haben Messarbeit zu erledigen. Oh, das ist ein Ghost. Wollte Benji sagen. Hey Jungs! Ich nehme das mal gerade. Nein, ich habe vergessen, dass du das kannst! Schaltet ihn aus, sofort! Oh Gott! Gerade waren sie noch da, jetzt sind sie wieder verschwunden. Schade. So, her damit, her damit, oh ja. Her damit auch. Upgrade. So. Erhöht die Spielschrittkompetenz um zulässig 15%. Also da lasse ich mich nicht zweimal drauf einüberreden, meine ich. Ab wann kriege ich denn neue Fahrzeuge in meiner Basis? Ups. Ja, Mann, ist das cool. Ich glaube, die sind, die werden dann zurück... Sobald man die frei zählen, die wahrscheinlich als, äh... ...als rekrutiert. Ah, toll. Oh, oh! Oh, Mensch! Oh! Oh! Zurück zu unserem Außenposten. Wir halten ihn den Rücken frei, Sir! Hey, cool! Ja, das sind ja ein paar! Kommt ihr auch mit? Warte, wie sind die denn angezogen? Gezogen. Ist das Halo-Tan? Warte, die Schrot findet ihr. Das geht schon mal gar nicht. So, und du nimmst... Du nimmst das hier, mein Freund. Das kann ich dir versichern. Komm, wir nehmen den Turm ein mit der. Ausrüst die Jungs. Und Mädels. Verbanden... Propan... Gandantum... Zehntal... Du hast den Verbanden... Propan... Propagandaturm! Ach so, ich hab Propan gelesen. Propagandaturm zerstören. Den Einfluss dieser verbanden NSM-Personal in dieser Region geschwächt. Ah! Ich kann ihn also zerstören. Okay. Propan-Babla-Turm. Der Beste. Wir gehen weiter. Vielleicht kommen wir da überhaupt gar nicht hin. Das kann auch sein. Da ist... Der Vorposten. Das ist doch der Turm. Ne, da ist der Turm. Gehen wir zuerst zu... Genau. Kommt, Marines. Oh, guck mal! Wo ist ein C-Turm? Okay. Ich würd sagen, wir... Die Taktik ist volle Kanne Hoshi. Und los geht's. Oha! Hey, cool. Dann haben wir hier ne neue Base. Boah! Habt ihr gesehen? Genau deswegen geb ich ihnen das Teil. Oh oh. Nie zu nah ran. Gerichts! Das ist kein Fischer, wie ich blabst! Ich muss mich nicht befallen lassen. Weggeknallt Geil Noch ein Vorposten für das UNSC Im Schatten von diesem Verbandenturm Je näher wir rankommen, desto stärker wird das UNSC-Not-Signal Es muss von da drinnen kommen Okay Da haben wir noch was Äh, da ist doch ein Spatenkern Ein Spatenkern Äh, und da ist der eine aus dem Posten Und da sind auch nochmal Hm, jetzt gibt's ein Razorback Und den Aber warum ist das rot? Warthog-Variante Ah, äh, Enter, schließen Brauchen wir nicht? Oh nein Nix passiert Ich bin der, der Master Chief Keine Sorge Hey, was ist das? Hat er die jetzt genommen? Ah Das ist das Duelantenpartikelschwert Okay, das will ich aber jetzt nicht nehmen Ich meine, das ist ganz nice Aber es ist auch irgendwie so total OP Komm, dann nehmen wir den Aber bitte, bitte nicht sterben Okay, Jungs Bitte nicht Requirierung bestätigt Schwer gepanzerte Hawk auf dem Weg Keiner tot Ein Wunder Beifahrer Hoffentlich bereue ich das nicht Geil Er hat die Shotgun aufgenommen tatsächlich Keine gute Idee, aber Was sagt der Richtige Befreien wir die anderen Jungen und Mädels noch Haben wir eine richtige Armee Mädels und Jungen Jungen und Mädels So Marineinnen Okay, oh Los geht's Alter, mit dem Ding Macht ihr alles platt Was ist das denn? Tschechen-Igel Alien-Variante Läuft So, Mr. Schrotflinte Kriegt jetzt mal Hm Komm, Mr. Schrotflinte Kriegt jetzt die hier Stimmt Genau Es ist da zwei Stück Oh, das ist nicht gut Müssen wir schnell ran Ob den Einer von uns auch einen nimmt Das wäre natürlich super Das wäre jetzt natürlich super Warte, ich muss nur mal gerade gucken Ob ich Kommandos geben kann oder nicht Vielleicht gibt's da für einen Knopf Gab's nie, aber KI-Scan Markieren X Äh, wir gehen einfach mal so weiter Tja, irgendwo ist hier noch einer Egal Das ist ein Propagandaturn Kommt, Soldaten Fangen schon an zu ballern Ach, die sind festgenagelt Brains, aushalten Trupp Cayman Da kommen die anderen Sehr geil Die anderen drei sind jetzt wahrscheinlich nach Hause gegangen oder so Ne, es sind alle Guck mal Eins, zwei, drei, vier, fünf Nicht alle Ich glaube, einer bleibt denn hier Okay, es sind nicht alle dabei Was ist das? What's this? I shouldn't go there now We go, we go now to the tomb That's the mission Da oben ist bestimmt auch noch irgendwas Ich meine, hier gibt's bestimmt ganz Ach, da waren wir ja schon Da waren wir ganz am Anfang Das ist die Frage, ob sie teleportieren Wenn ich jetzt Gas geben Aber ich hab Angst, dass sie verschwinden Ich geh mal davon aus Die laufen entweder zum nächsten Außenposten Oder sonst was Aber ich will das Ding unbedingt hier behalten Das können wir gut gebrauchen Um den da freizuräumen Da guck, einer läuft zum Außenposten Oh, habt ihr gesehen? Wenn die außer Reichweite sind Ist er einfach hochgelaufen Gut zu wissen Find ich gut Vielleicht ein bisschen zu früh Ich fände aber gut, wenn sie noch Fahrzeuge benutzen würden Das haben sie in Teil 2 gut gemacht Na gut, okay Die waren ein bisschen Chaotisch, aber Man müsste wenigstens so minimale fliegen Wie, äh Use that car oder so Get in the car Einfach nur mit Simpleen Können wir gleich platt machen Keine Sorge Da ist was Können wir jetzt noch nicht Wir machen erst mal den Turm Okay, die Musik setzt ein Es ist so schön Ihr könnt Es hat sich lang nicht mehr so ein Spiel so schön angefühlt Ich bin richtig eins mit dem Game Richtig schön Wohl eher Klotz Das Signal kommt aus dem Inneren des Hauptgebäudes Irgendwo oben Wir müssen einen Weg hineinfinden Ist doch einfach Ramba Zamba Knall Knall Piu Piu Explosions Und los geht's Okay, wir müssen die rechte Flanke aufräumen Oh Suchen wir neue Ziele Heute haben wir sie in die Tasche gestellt Okay, was haben wir denn hier so alles Die Schrubbitte Ist toll Aber macht mir zu wenig Schaden Ach da, die Tür geht dadurch auf Okay, alles klar Jungs, die Tür geht auf Bitte zurückkommen Hallo Klopf, klopf Hm Leckt jetzt gerade ein bisschen. Du besiehst mich nicht. Oh oh. Oh. Ich glaube nicht. Mein Anlag ist abgeräumt. Für dich gibt es nichts zu holen. Außer den Tod. Er wird zuversichtlich. Das tut er, aber zum Glück völlig grundlos. Als die Abregelung aktiviert wurde, gab es eine Energiespitze. Vermutlich in einem Sicherheitsgebäude. Ich habe das Ziel markiert. Habe ich irgendwelche verloren? Ich denke mal nicht. Ich vermute mal, es bleiben nicht immer alle bei uns. Oh ja, Leckspitzen, Leckspitzen. Ja, ein paar sind gegangen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Das sind Leckspikes. Ach, kommt Leute. Gäste! Spaten hat recht. stemmen ist keine option. Ohohohoho, ein Raketenerfang gefunden. Das Abriegelungsprotokoll sollte leicht zu umgehen sein. Mal sehen. Drei, zwei, eins. Fertig. Go. Was ist los? Dieser Ort ist das Verhörgefängnis von unserem Elite-Freund da hinten, Jack Lock. Sein Ruf ist nicht gerade sonderlich gut. Oh oh. So wie meiner. Sehr gute Waffe hast du da. Sie werden den Schwerkraftlift manuell aktivieren müssen. Ich habe es für Sie markiert. Seid ihr ausgerüstet, Leute? Schrotflinte. Ich würde sagen, oder? Ein Raketenwerfer. Hoffentlich jagst du uns nicht in die Luft. So. Du hast Schrotflinte. Gut, so viele Schrotflinten eigentlich. Okay. Okay. Kann nur ich den benutzen, oder? Dieser Ort dient als Gefangenenlager. Die Leute werden hier eingesperrt, zu Jack Lock gebracht und dann weiter in etwas, das sie Haus der Abrechnung nennen. Das klingt sehr unheilvoll und ganz nach den Verbanden. Kommt die runter, oder geht das nicht? Na, wir werden sehen. Jetzt auch wieder nach draußen. Alter, wir haben gerade einen Riesenhaufen Leute verloren. Was passiert? Ich hasse das. Ich hasse das. Jetzt haben wir noch zwei. Nein. Dicke Raketenmann. Oh ne, da haben wir noch einen dicken Raketenmann. Warte mal. Aktivieren Sie irgendwie den Schwerkraftlift. Okay, jetzt haben wir noch zwei. Wo auch immer die herkommen. Wenn ich nicht da runtergegangen, hätte ich die alle retten können. So, warte mal. Schwerkraftlift. Ist der hier, ja? Oder kommt der von oben? Der kommt von oben wahrscheinlich. Warte, ich packe das mal lieber hier. Ja, ja. Nein. Fall nicht auf mich drauf. Ich weiß. Ach du Scheiße. Los geht's. Der Schwerkraftlift läuft wieder. Scheiße. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Und los geht's. Mjölnyanzug. Er visiert Ziele in Reichweite an und hebt sie hervor. Endlich. Das könnte nützlich sein. Mach's gut, Spartan. Diese Panzerung gehörte. Diese Panzerung gehörte Spartan Hudson Griffin. Laut Sensordaten lebte er noch, als die Rüstung entfernt wurde. Oh, je. Mit Gewalt. Eine vage Hoffnung. Eine vage Hoffnung. Aber vielleicht lebt er noch. Wer weiß, das kriegt ja, äh, Verstärkung. Meißt du, es gab immer Spiele, da gab's nie Verbündete. Man wusste das aber auch. Na zu, jetzt geht's los. Niemand hat das Huckeln aufgehört? Ja, weil hier alles explodiert. Das gibt's doch nicht. Genau das, was man erwartet. Von einem Eliten. Und Folterspezialisten. Mein Versteck. Oh. Oh. Genau, lauf nicht mit der Granate auf mich zu. Das ist doch so ein Klassiker. Musst du eigentlich aufhören? Es wird Zeit. Sie haben es ein Silex genannt. Ich nenne es, was man wieder vergraben sollte. Die Lieben, die Schakale, sogar die blinden Bluts scheinen Schiss vor dem zu haben, was da drin war. Escherim, deren Anführer, der stand bloß da und guckte zu, als sie meine Hand dagegen pressten. Escherim hatte recht. Zudem. Ein Signal. Ein Kühner. Und der Master Chief kommt abgerannt. Ja, er verkauft das als so attaktisch. Ich hätte Zeit, mich zu avisieren. Zeitgehargene sind zu liefen. Dein Visier aufzureißen. Deine Schlächer zur Zeit. Dein Visier aufzureißen. Die Verwandtung. Oh shit, das ist nicht gut. Nein! Das ist ein Zeichen. Wie er sich freut, oder? Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Halo Infinite. Mein Gott, hab ich einen Spaß, ey. Okay, bis dahin. Wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal.